Harry sagt guten Morgen. Heute am 11. Januar 2019. Es ist 8 Uhr und 5 Minuten. Wir haben 14 Grad. Leichten Wind, aber nur hier oben. Keine Wellen. Ja, und ein paar Wolken. Keine Wellen. Keine Wellen. So, und mit diesen Bildern begibt sich der Harry auf den Abstieg. Und wir sagen wie immer, bis morgen. Hasta mañana.